In diesem Video wollen wir uns mit der Integration von abschnittweise definierten Funktionen und einigen Phänomenen, die dabei auftreten, beschäftigen. Also wir interessieren uns dafür, diese abschnittweise definierte Funktion f zum Beispiel über das volle Intervall von 0 bis 42 zu integrieren. Und dabei ist es zweckmäßig, weil wir üblicherweise am liebsten Stammfunktionen ausrechnen und nicht Riemannsche Summen, möchten wir gerne das Integral schreiben als eine Summe von Integralen, für die wir Stammfunktionen ausrechnen können. Und für jeden dieser einzelnen Abschnitte, also von 0 bis 1, das ist die Funktion gegeben durch die Vorschrift f von x ist gleich x, von 1 bis 2, da ist sie gegeben als f von x ist gleich x², da können wir Stammfunktionen ausrechnen, die kennen wir schon. Das heißt, man teilt dieses Integral hier auf in drei Teile von 0 bis 1, f von x dx plus das Integral von 1 bis 2, f von x dx plus, letzter Teil, das Integral von 2 bis 42, f von x dx. Und das macht man, weil man genau auf diesen Teilen eine Stammfunktion für die entsprechenden Funktionsvorschriften hat. Während wenn ich über die gesamten drei Teile hinweg integriere, wie das das ursprüngliche Integral macht, weiß ich natürlich erstmal nicht, was da für eine Stammfunktion sein soll. Also wenn man dieses Integral einmal ausrechnet, dann sieht man, wir haben diese drei Teile, auf jedem der einzelnen Teile haben wir eine ganz konkrete Funktionsvorschrift. Dafür können wir Stammfunktionen berechnen, da setzen wir dann einfach ein nach dem Hauptsatz der Differenzialintegrale und können so unser Integral ausrechnen. Jetzt gibt es hier eine Kleinigkeit, über die man sich mal Gedanken machen sollte. Wir haben jetzt einfach das Integral zum Beispiel von 0 bis 1, von t, das haben wir ersetzt durch das Integral von 0 bis 1 über t dt. Jetzt ist aber an dem rechten Randpunkt, an der 1, ist die Funktion nach der Funktionsvorschrift gar nicht mehr gegeben als f von t ist gleich t, sondern f von t ist gleich t². Und da kann man sich ja schon mal fragen, warum darf ich das Integral einfach ausrechnen als das Integral über t? Warum spielt der Randpunkt keine Rolle? Genau, also machen wir mal ein anderes Beispiel. Also das andere Beispiel, schauen wir uns mal die abschnittsweise definierte Funktion von 0 bis 2 an, die erstmal hier bis zur 1 auf der Höhe 1 bleibt und dann hier oben ab 1 bis 2 auf der Höhe 2. So und jetzt sollte das bestimmte Integral über diese Funktion ja nun nichts anderes sein als der Flächeninhalt. Den kann man ganz elementar auch ausrechnen, ich habe hier diese zwei Kästen und deren Breite ist bekannt, sowie deren Höhe ist bekannt, das heißt ich kann den Flächeninhalt einfach ausrechnen. Also wenn das hier der Graph der Funktion f, dann ist das Integral von 0 bis 2 über f von x dx, das sollte dann gerade sein, die Breite des einen Kastens, also 1 mal die Höhe des einen Kasten, das ist auch 1, das ist also das, was wir hier, der blaue Flächeninhalt, plus dann die Breite des zweiten Kastens, das ist auch 1 mal die Höhe des zweiten Kasten. Also das sollte das bestimmte Integral sein. Und wieder sehen wir, wir ignorieren hier, dass diese Funktion da eigentlich einen Sprung macht, also die ist abschnittsweise definiert und sogar unstetig. Und die Frage ist, warum dürfen wir dieses Integral eigentlich so ausrechnen? Also dieses 1 mal 1, das ist ja nichts anderes als das Integral von 0 bis 1, 1 dx, das ist das blaue Integral hier, und das andere Integral, der andere Kasten, das ist das nicht, wenn ich den Integralschreibweise schreiben will, das ist das Integral von 1 bis 2, 2 dx. Das ist jetzt sozusagen die Integralschreibweise für die Flächeninhaltung. Wieder sehen wir, es ist egal, was an dem einen Randpunkt passiert. Und das ist ein typisches Prinzip bei Integralen. Denn Integrale sehen endlich viele Punkte, an denen die Funktion irgendetwas Komisches macht, nicht, solange ich die Funktion stetig fortsetzen kann. Also zum Beispiel, wenn wir wieder ein weiteres Bildchen hier malen, nehmen wir uns mal den ersten Kasten vor, von 0 bis 1, und ich habe jetzt im Wesentlichen hier meine Funktion der Höhe 1, und jetzt mache ich hier Löcher rein, also ich sage mal an der Stelle und an der Stelle, da soll die Funktion jetzt hier meinetwegen nach oben springen. Wenn ich Riemannsche Summen aus Rechnung zum Grenzwert übergehe, also ich behaupte, dass der Flächeninhalt unter dieser Funktion, also das bestimmte Integral über diese Funktion wieder genau den Wert 1 hat, und das liegt einfach daran, weil ich diese einzelnen Sprünge hier, solange das endlich viele von diesen Sprüngen sind, also wo ich nur an einem Punkt was anderes gemacht habe, die sieht das Integral nicht. Also diesen Sprung hier, wenn ich die Riemannsche Summe ausrechnen würde, dann wäre das im Grenzübergang zwar ein Kasten der Höhe 2, aber ich sehe, weil das nur ein einzelner Punkt ist, die Breite des Kastens, die verschwindet im Grenzübergang. Das heißt, im Allgemeinen kann man sagen, wenn ich eine solche Funktion habe, die an einigen Punkten springt, ich die Funktion selbst aber stetig fortsetzen kann, wenn ich die Punkte ignoriere, also sozusagen diese Funktion hier ist konstant 1 bis auf den beiden Punkten, an denen die springt, das heißt, ich kann die zu einer stetigen Funktion an diesen Lücken fortsetzen, dann sieht das Integral nicht, dass ich da gesprungen bin. Das ist genau der Unterschied zu einem uneigentlichen Integral. Also wir erinnern uns, wir haben ja zum Beispiel das uneigentliche Integral über die Funktion 1 durch x, dx betrachtet auf dem Intervall von 0 bis 1. So, wenn ich den Graphen dieser Funktion male, dann sieht er möglicherweise so aus, also hier unten ist irgendwie vielleicht die 1, hier ist die 1 so und wenn ich dieses uneigentliche Integral ausrechnen möchte, dann haben wir herausgefunden, dass dieses uneigentliche Integral nicht existiert, also dieses existiert nicht und der Unterschied zu dem Beispiel oben, warum das nicht existiert, ist gerade, dass ich diese Funktion 1 durch x, also 1 durch x, das macht nur Sinn auf dem offenen Intervall von 0 bis 1. Die kann ich nicht stetig fortsetzen auf das abgeschlossene Intervall und das ist der Unterschied, warum dieser eine Punkt hier, also der Nullpunkt, in dem ich diese Funktion nicht stetig fortsetzen kann, der macht bei der Berechnung eines Integrals einen Unterschied, während hier oben bei den Beispielen, die wir eben angeschaut haben, diese Ausreißerpunkte, die ich hier habe, keinen Unterschied machen, weil diese Funktion kann ich bis auf die Ausreißerpunkte stetig fortsetzen, auf den Ausreißerpunkten und deswegen sieht das Integral diese endlich vielen Punkte nicht, während bei dem uneigentlichen Integral dieser Punkt, auf den ich nicht stetig fortsetzen kann, das Integral deutlich verändert.